Der Ehemann von Prinzessin Anne, Sir Timothy Lawrence, hat über den Gesundheitszustand der Prinzessin informiert, die nach dem mutmaßlichen Vorfall mit dem Pferd weiterhin wegen leichterer Kopfverletzungen behandelt wird. Die Prinzessin erlitt am Samstag bei einem Spaziergang auf ihrem Anwesen leichte Kopfverletzungen und wurde nach dem Vorfall ins Southmead Hospital gebracht. Aufgrund ihrer Verletzungen kann sich Prinzessin Anne berichten zufolge nicht genau erinnern, was passiert ist. Es wird jedoch angenommen, dass sie möglicherweise von einem Pferd am Kopf getroffen wurde. Sir Timothy, seit 32 Jahren eines Ehemann, besuchte sie neulich im Krankenhaus und wurde am Haupteingang des Krankenhauses fotografiert. Als Sir Tim Lawrence nach einem zweistündigen Mittagsbesuch aus dem Haupteingang kam, sagte er der Presse, es geht ihr gut, sie erholt sich langsam, aber sicher. Auf die Frage, ob er etwas für die Princess Royal mitgebracht habe, antwortete Sir Tim, nur ein paar kleine Leckereien von zu Hause. Sir Lawrence, Anne's zweiter Ehemann, den sie 1992 heiratete, war für den Besuch sehr elegant gekleidet. Ein blau kariertes Hemd, eine dunkelblaue Jacke und eine sehr elegante Beigehose. Stilvoll und zugleich dezent. Nachdem er seine Frau besucht und das Gebäude verlassen hatte, schüttelte Sir Tim die Hand und sprach mit Tony Hudgel. Er winkte den Reportern vor dem Krankenhaus zu und stellte eine Tasche auf den Rücksitz seines Range Rover, bevor er sich auf den Fahrersitz setzte und schnell davonfuhr. Auch die Stimmung der Prinzessin dürfte durch den Besuch ihrer Tochter Sarah Tindall aufgehellt worden sein. Die Nichte des Königs, die bei heißem Wetter in abgeschnittene Jeansshorts und ein Hemd gekleidet war, war nach Tim Lawrence der zweite königliche Gast des Tages. Der Buckingham Palace sagte in einer Erklärung, dass die Prinzessin bei Bewusstsein sei und bis Ende dieser Woche im Krankenhaus bleiben werde. Ich denke, das ist definitiv eine Vorsichtsmaßnahme. Nach Annes Unfall wurde ein Krankenwagen in den Gatcom Park gerufen und Prinzessin Anne wurde vor Ort behandelt. Sir Timothy begleitete Prinzessin Anne später ins Krankenhaus. Aufgrund dieser Situation wurden alle Veranstaltungen abgesagt, darunter auch ein Besuch in Kanada an diesem Donnerstag. Berichten zufolge ist der König jedoch bei Bewusstsein und fühlt sich wohl und es wird erwartet, dass er sich vollständig und schnell erholt. Bei der Ankunft am Tatort berichtete das medizinische Team, dass Annas Verletzungen mit dem übereinstimmten, was sie als potenzielle Einwirkung durch einen Schlag auf den Kopf oder einen Tritt durch ein oder mehrere Tiere bezeichneten. Sie wurde in das wichtigste Traumazentrum der Region gebracht, ein Zeichen dafür, wie ernst der Vorfall genommen wurde. Ihr Unfall war eines der jüngsten Gesundheitsprobleme der königlichen Familie, nachdem beim König und der Prinzessin von Wales Krebs diagnostiziert worden war. Obwohl sie bereits mit 70 Jahren eines der fleißigsten Mitglieder der königlichen Familie ist, hat sie in jüngster Zeit eine noch bedeutendere Rolle gespielt. Ein Sprecher des Buckingham Palace sagte wiederum, Der König wird sorgfältig informiert und übermittelt der Prinzessin zusammen mit der gesamten königlichen Familie die aufrichtigsten Worte der Liebe und gute Wünsche für eine baldige Genesung. Anwohner sagten, sie hätten gesehen, wie der Krankenwagen gegen 21.15 Uhr eintraf. Einer sagte, Die Sprecherin bestätigte außerdem, dass die Termine ihrer königlichen Hoheit für die kommende Woche auf Anraten ihrer Ärzte verschoben werden. Sie hatte acht Termine im ganzen Land, bevor sie am Donnerstag nach Kanada reisen sollte. Ihre königliche Hoheit entschuldigt sich bei allen, denen dadurch Unannehmlichkeiten oder Enttäuschungen entstehen könnten, sagte der Palast. Ailsa Anderson Cole, die ehemalige Pressesprecherin von Königin Elizabeth, die auch mit der königlichen Prinzessin zusammengearbeitet hat, sagte den Medien, Sie wird wütend sein, weil sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann und hasst es, Menschen im Stich zu lassen. Es wird angenommen, dass die Prinzessin zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem sicheren Grundstück des Get-Com-Park-Anwesens herumlief und es wird angenommen, dass niemand sonst an dem Vorfall beteiligt war. Und niemand hat etwas gesehen. Zu dieser Zeit befanden sich auch Annas Tochter Sarah Tindall und ihr Sohn Peter Phillips auf dem Anwesen. Es ist jedoch nicht bekannt, wer Alarm geschlagen hat. Es ist erwähnenswert, dass Anna ein Schlüsselmitglied der schwindenden gegenwärtigen königlichen Monarchie ist und mehr als einmal eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Charles gespielt hat. Die Prinzessin wird oft als die am härtesten arbeitende Königin beschrieben und ist für ihre sachliche Herangehensweise und ihr Engagement für die königliche Pflicht bekannt. Anfang dieses Monats hielt sie das Pferd bei Trooping the Color gekonnt unter Kontrolle. Allerdings verhielt sich das Pferd, wie viele schon damals bemerkten, sehr gewalttätig. Ann gewann 1971 die Einzelmeisterschaft in Berkeley und wurde von der BBC zur Very Sports Personality of the Year gewählt. Wie wir wissen, nahm sie 1976 als Teil der britischen Reitermannschaft im dreitägigen Vielseitigkeitsreiten an den Olympischen Spielen in Montreal teil. Es gab auch einen ziemlich schrecklichen Vorfall. Die Prinzessin überlebte einen Entführungsversuch im Jahr 1974, als ein Schütze versuchte, sie und ihren damaligen Ehemann, Kapitän Mark Phillips, zu entführen, als sie durch ein Einkaufszentrum zum Buckingham Palace gefahren wurden. Sie blieb cool und als der Kriminelle zwei Millionen Pfund verlangte, antwortete sie, dass dies verdammt unwahrscheinlich sei und ich keine zwei Millionen Pfund habe. Wir werden weiterhin die Neuigkeiten zu Annas Gesundheitszustand im Auge behalten. Und so erreichte uns die Information, dass Charles persönlich die Vorbereitungen für das goldene Bankett überprüfte. Wie sie sagen, ich werde vor dem Kaiser nicht mein Gesicht verlieren. Die letzten Stunden vor dem berühmten goldenen Empfang gestalteten sich sehr nervös. Der ganze Palast stand am Rande. Einmal bemerkte Elisabeth die Zweite zynisch, dass sich die Gäste ihr ganzes Leben lang an diese goldenen Teller erinnern würden. Tatsächlich goldenes Besteck, schneeweiße Tischdecken, in Gold geschriebene Karten. König. Wow. Der Umfang ist sofort sichtbar. Und so ist der Kaiser von Japan bereits in England. Charles hat die Situation heute mehr denn je unter Kontrolle. Man könnte sagen, er ist in Fahrt. Er kam offenbar mit dem Kaiser klar. Und das ist sofort sichtbar? Wie viele bemerkten, herrschte zwischen ihnen offensichtliche Sympathie füreinander. Ich würde gerne glauben, dass dies so ist und keine reine Formalität der Rezeption. Den Gästen gefiel wiederum die japanische Sammlung in der Palastgalerie, die sie nach einem leichten Mittagessen tagsüber noch längere Zeit besichtigten. Einige bemerkten, dass nur Camilla nicht besonders gut gelaunt war. Und es gibt keine Möglichkeit, es zu verbergen. Man kann den Gesichtsausdruck sofort erkennen. Vielleicht sprach Wilhelm auch zu spielerisch mit der Kaiserin? Aber ich denke, das sind nur Vermutungen. Kehren wir zur Abendveranstaltung zurück. Wie wir gesehen haben, hat Charles den Tisch persönlich inspiziert und das Geschirr getestet. Er war offensichtlich sehr besorgt, sein Gesicht nicht zu verlieren. Ich fühlte Nervosität in meinen Handlungen. Camilla versuchte wie immer, zumindest ein gewisses Interesse zu zeigen, aber ohne große Begeisterung verfolgte sie den Prozess der Vorbereitung für den Empfang der Gäste und auch das Arrangement der zentralen Blumenarrangements. Es ist erwähnenswert, dass das Personal sein Bestes gab, um die Gäste willkommen zu heißen. Zu Ehren der Gäste werden Kirschblütenzweige in goldenen Vasen ausgestellt. Das ist eine sehr nette Geste. Charles gab den Japanern einen kurzen Rundgang durch seine Highgrove-Gärten. Dazu wird schottischer Lachs mit Bechamelsoße, Bohnen und Gemüse serviert. Diese sehen köstlich aus, Butterkekstörtchen mit Vanille, Zitronenquark und Erdbeerscheiben. Was wären wir ohne französische Schokolade, erlesene Weine und klassische Musik? All dies erwartete die Gäste. Zum ersten Mal seit fast zwei Jahren sorgte der Buckingham Palace für eine gute Atmosphäre für eine Feier. Einigen Insidern zufolge gelang es den Beratern Carls, den König zu überzeugen und ihm die Notwendigkeit zu erklären, für die Veranstaltung eine bestimmte Unterhaltungsveranstaltung abzuhalten und sich nicht sozusagen auf rituelle Zeremonien zu beschränken. Wo alles nach einem streng ausgearbeiteten Ritual abläuft, könnte man sagen. Eines der Hauptthemen, das im Internet aktiv diskutiert wird, ist, dass König Charles den Befehl erlassen hat. Nach ihnen benannte Bestellung. Es ist erwähnenswert, dass der Familienorden für die weibliche Hälfte der königlichen Familie einst von Königin Viktoria eingeführt wurde. Sie verlieh ihn erstmals ihren Töchtern. Der Sinn des Ordens, der nur an Damen verliehen wird, besteht darin, ihre Hingabe und ihren selbstlosen Dienst für die Familie hervorzuheben. Dies ist ein sehr ehrenvoller Befehl. Wie viele vorhersagten, sollte Charles seinen Orden nach der Krönung freigeben. Aber es war das eine oder andere und deshalb habe ich dieses Thema hinausgezögert. Jetzt ist alles fertig und die Bestellung wurde freigegeben. Bei dieser Veranstaltung gab es, wenn ich das so sagen darf, ein leuchtendes Ereignis, nämlich, dass es keine jungen Leute gab. Selbst unter den stillen Gästen sieht man nicht mehr als ein paar junge Leute in den 40ern. William selbst war der Jüngste in der königlichen Prozession. Und er ist 42, bitte beachten Sie. Viele werden feststellen, dass der Glanz der Jugend immer heller ist als der Glanz von Diamanten, egal wie interessant die Dekorationen und der Schmuck sind. Und zusammen sorgen diese beiden Faktoren für ein unvergessliches Erlebnis bei jeder gesellschaftlichen Veranstaltung. Und für mich persönlich bestätigte all diese Pracht das Offensichtliche. Ohne die jungen Familienmitglieder sieht Windsor aus wie eine alte, etwas schäbige, teure Show ohne interessante Handlung. Kommen wir zurück zu dieser großartigen Aktion. Königin Camilla. Sie konnte nicht lange ohne ihre Lieblings-Fiona Claire auskommen und erschien in einem anderen Kleid mit passender Stickerei und leicht weiten Ärmeln oben im Stil der viktorianischen Mode. Es sieht nicht sehr auffällig, aber stilvoll aus. Was denken Sie? Camilla trägt nun sowohl den nach ihrem Ehemann benannten Orden als auch den Elisabeth-Orden. Passt das zu Camilla? Und die Tiara? Und die Brosche an deiner Hüfte? Das ist eine große Frage. Aber überlassen wir es Ihnen, meine Zuschauer. Schreiben Sie mir in den Kommentaren. Wie gefällt Ihnen Camillas Bild? Camilla trägt eindeutig zu viel Schmuck. Und nein, mir ist es nicht aufgefallen. Aber fast allen ist es aufgefallen. Ich sage nur eine Tatsache. Für sich selbst wählte sie eine rubinrote Tiara. Die Geschichte dieser Tiara beginnt im Jahr 1947 als Königin Elisabeth II. Prinz Philipp heiratete. Die Halskette war mit 96 Rubinen verziert, die den Träger vor 96 Krankheiten schützen sollten, die einen Menschen befallen können. Sie wurde noch nie öffentlich mit der Halskette fotografiert. Hat Camilla wirklich das Gefühl, dass sie jetzt Schutz vor 96 Krankheiten braucht? Das Design der Tiara ist unter Schmuckliebhabern umstritten. Viele mögen dieses Design nicht besonders. Aber es ist erwähnenswert, dass dies eine von zwei Tiaras ist, die Königin Elisabeth II. persönlich für sich selbst geschaffen hat. Königin Camilla kombinierte die Tiara mit der mehrstufigen Diamantkette von Königin Elisabeth. Es ist einzigartig. König Georg Sitzwexter. Beauftragte Garra 1950 mit der Herstellung dieser Halskette für Prinzessin Elisabeth aus 105 einzelnen Einsätzen, die als Erbstücke der Krone gelten. Die Halskette besteht aus drei Diamantensträngen, die an dreieckigen Verschlüssen hängen, mit einer einzelnen Diamantenreihe auf der Rückseite. Königin Elisabeth, die Königinmutter, trug diese Halskette mindestens einmal. Im Jahr 1953 verkürzte Königin Elisabeth II. die Halskette, indem sie zehn Diamanten entfernte und trug die Halskette während ihrer gesamten Regierungszeit. Die Halskette wurde von König Charles geerbt, der sie der Prinzessin von Wales zu seiner Krönung verlieh. Und auch das Diamantarmband von Camilla stammt aus der Sammlung von Königin Elisabeth II. Das sind so kostbare Wendungen. Kaiserin Masako wiederum glänzte in den Diamanten der japanischen Dynastie. Auch sie sind bereits im zweiten Jahrhundert, ebenso wie eine der besten Tiaras im Land der aufgehenden Sonne. Ich stelle fest, dass diese Tiara früher von ihrer Schwiegermutter getragen wurde. Wie einige der Anwesenden feststellten, war Elisabeth II., wenn Sie sich richtig erinnern, nie genauso gekleidet wie ihr Gast. Und Oba faltete oft die Hände auf den Bauch, was auch eindeutig nicht im Stil des königlichen Protokolls ist. Was ist los mit ihnen? Müde? Oder sie nehmen ihr Handeln, das möglicherweise vom Besprechungsprotokoll abweicht, gar nicht mehr wahr. Die zweite königliche Dame des Abends war Sophie, Herzogin von Edinburgh. Und darüber reden wir jetzt. Insidern zufolge besteht der Fehler, Sophie für etwa 6.000 US-Dollar einzukleiden. Darin, dass solch komplexe Kleider immer zusammen mit Titelschmuck und Bändern anprobiert werden müssen. Dadurch ging das Kleid einfach verloren. Sophie trägt außerdem einzigartigen Schmuck aus der königlichen Schatzkammer. Die Tiara war ursprünglich eine Halskette, die König Georg Sixtsund. 1923. Von einem Juwelier als Hochzeitsgeschenk für Elisabeth, die zukünftige Königin Mutter kaufte. Es war eine Halskette im griechischen Stil mit Diamanten und Perlen. Sechs Monate nach der Hochzeit wurde die Halskette abgebaut und die Steine zur Herstellung der Tiara verwendet, die wir heute sehen. Die Tiara wurde im damals modischen ägyptischen Stil mit Lotusblütenmotiven gefertigt. Dann wurden die Gräber der Pharaonen entdeckt und die Welt des Schmucks wurde buchstäblich vom Thema des alten Ägypten erfasst. Und dieses Thema lässt sich gut im Schmuck jener Zeit erkennen. Die Königin Mutter trug eine Tiara im Bandeau-Stil der 1920er Jahre auf ihrer Stirn. 1937 ließ sie die Tiara ihrer Schwester Lady Mary Elphinstone für ihre Krönung. 1959 ließ sie die Tiara an Prinzessin Margaret. Prinzessin Margaret trug die Tiara oft und ließ sie ihrer Schwiegertochter Serena für deren Hochzeit im Jahr 1993. Oh, diese Hand-zu-Hand-Transfers, aber naja. Nach dem Tod von Prinzessin Margaret kehrte die Tiara in die Sammlung von Königin Elisabeth II. Zurück und sie ließ sie der Prinzessin von Wales für den diplomatischen Empfang 2013 und das chinesische Staatsbankett 2015. Entgegen den Erwartungen vieler trug Birgitta von Gloucester nicht ihr atemberaubendes Set aus Türkis und Diamanten, sondern entschied sich für eine Tiara in Form einer Kokoschnick. In dieser Tiara, deren Besitzerin Prinzessin Marie-Louise war, heiratete Birgitta. Sie liebte sie sehr und machte sogar lustige Fotos. Die Tiara wird zu Ehren der einzigartigen Saphire und Diamanten dieses Landes Indianer genannt. Lassen Sie uns nun über die Atmosphäre des Urlaubs selbst sprechen. Der Feiertag kann nicht als besonders fröhlich bezeichnet werden, abgesehen von der ziemlich beeindruckenden Menge Wodka, den die Gäste eindeutig dem Champagner vorzogen. Warum ist das geschehen? Nerven? Oder haben es alle schon satt, nur noch Leitgetränke zu trinken? Hervorheben möchte ich die sehr elegante Dekoration des Saals. Die Tische sind komplett mit 22 Karat Gold überzogen. Stuart-Kristallgläser, Wedgwood-Porzellan. Es gab so viele Blumen. Das ist beeindruckend! Der kleine Kaiser war darin nicht besonders sichtbar, wenn er saß. Und das war, wie einige bemerkten, sehr schön. Aber zu Ehren der Japaner gab es hier einen echten Baum. Der Umfang ist sofort spürbar. Es war ein japanischer Ahorn und stand direkt auf den Tischen im Saal. Es sah fantastisch aus. Es gab auch Rosen aus den Gärten des Buckingham Palace und des Windsor Castle. Nun zum unterhaltsamen Teil. Wie Königin Camilla für Royal Escort in die Juwelengewölbe des Palastes eintauchte. Ihre Majestät trug vier selten gesehene Broschen, darunter eine, die Prinz Albert Königin Victoria am Abend vor ihrer Hochzeit geschenkt hatte. Wow! Camilla wollte plötzlich alles auf einmal an sich selbst ausprobieren. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Royal Escort letzte Woche von Reden von König Charles geprägt war, die als sehr bewegend galten, sowie von Reden anderer hochrangiger Mitglieder der königlichen Familie. Obwohl der König mit seiner Krankheit zu kämpfen hat, machte er neben Camilla, die am zweiten Tag mit Prinz William eintraf, eine sehr gute Figur. Aber Camilla konzentrierte alle ihre Bemühungen nur auf Schmuck. Hier ist der Grund. Es wurden vier selten gesehene königliche Broschen ausgestellt, darunter eine, die Königin Victoria am Abend vor ihrer Hochzeit von ihrem geliebten Prinz Albert geschenkt wurde. Am ersten Tag ist es die Prinz-Albert-Brosche. Am nächsten Tag traf Camilla mit ihrem Mann, dem König und dem Herzog und der Herzogin von Wellington ein. Am zweiten Tag ist es die türkisfarbene Brosche von Queen Mary. Die wunderschöne Brosche, die sie trug, ist ein großer türkisfarbener Cabochon, umgeben von alten Diamanten im Minenschliff. Camilla kombinierte die Brosche bei Royal Escort mit passenden Türkis- und Diamantohrringen. Tag 3 – Brosche Lady of India von Queen Mary Königin Camilla trug eine spektakuläre und selten gesehene Brosche, die ebenfalls Königin Mary gehörte. Die Lady of India-Brosche, einen riesigen, geschnitzten, sechseckigen Smaragd, umgeben von Diamanten mit vier Diamant-Akzenten auf jeder Seite. Königin Mary schrieb später an das Frauenkomitee und sagte, dass sie sich immer an Indien erinnern und an Indien denken würde, wenn sie diesen Edelstein trage. Tag 4 – Jardines Sternbrosche Am Freitag kam Königin Camilla mit dem König an und trug Jardines Starbroschen, die ihrer verstorbenen Schwiegermutter gehörten. Die Brosche wurde ihrer Majestät 1981 überreicht, ihre Herkunft bleibt jedoch ein Rätsel. Tag 5 – Fünfsträngige Perlenkette Am fünften und letzten Tag von Royal Escort verzichtete Königin Camilla sowohl auf die Broschen als auch auf die Palastgewölbe. Sie verblüffte mit einer auffälligen, fünfreihigen Perlenkette mit rosa Topaz und einem Diamantverschluss. Sie kombinierte das Stück mit rosa Topaz und Diamantohrringen. – Fünfsträngige Perlenkette – Fünfsträngige Perlenkette – Fünfsträngige Perlenkette